Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Overwatch Duell. Wir haben gar keinen Namen dafür. Wir spielen heute Ota Cool gegen Kotze aus Regenbögen und wir spielen mit Genji, ist es dein Ernst? Stevens einzigen Charakter... Nico? Ich kann den aber auch nicht gut. Du bist ein absoluter Genji Ficker. Nein, ich kann nur Hanzo schreien. Ich hör dich doch. Jawohl. Da geht erst mal in den Kopf rein. Ich kann das überhaupt nicht, Junge. Ich hab dich geschickt. Oh, ich werde den verlieren. Ich kenn die Garniveau. Ich hab auch ein paar mehr Spielstunden. Ich hab mit René nur Tanks gehabt. Ja? Ja. Ja. Domo und ich hatten auch in der Runde eben, hatten wir in jeder Runde Orisa. Wobei ich den Champion an sich vom Schießen und so her finde ich richtig geil. Jawohl. Ja. Ich hab schon mal jemand mit Tabletgranate getötet. Es wird wieder Swordy. Ja. Och nein. Mit dem kann ich halt auf 1 gegen 1 sein überhaupt nicht spielen. Ja. Haha, schluck meine Bomben, Junge. Schluck meine Eier. Oster Junkrat. Wo bist denn du? Alter! Oh, ich hab dich getroffen. Ich weiß zwar nicht wo, aber... Du Hurensohn! Wie triffst du? Wie denn? Was machst du denn, Nico? Du hast doch nichts mehr, oder? Hm? Du hast doch nichts mehr, oder? Du hast doch nichts mehr, oder? Komm schon! Oh nein! Du Hurensohn! Oh, ich geh auch voll rein! Oh, Mann! Nein! Das war die einzige Artikel, die die Chance gehabt hätte. Oh, da hab ich verloren. Ich kann die überhaupt nicht. Ja, mit der musst du immer das Schild machen, wenn du angegriffen wirst. Ja, klar. Ich bin so fast noch nicht. Hahaha Oh, jetzt mal so. Ich bin so großartig. Er ist gut, ich bin so großartig. Ja, ich bin so großartig. Ach! Oh, wie ist denn? Ich bin so großartig. Du, geh da runter, Junge. Das Leben lebt sich halt auch einfach wieder auf. Das ist so nervig. NICO! Boah, Junge, ich treffe nichts. Wollt ihr denn das mal Ende hier ein Ende finden? Jetzt will ich feiern. Verreckt doch, endlich! Boah, das gibt's nicht, ey. Ooooooh! 0 zu 4. Oh, das ist, als wenn... Neee. Ja, schönen Feierabend. Sollte, hab ich gerade so verkackt gegen Dominik. E-Mail, das war richtig hässlich. Ach Gott, ich treffe gar nichts, Junge. Zack, Heddy. Ja, gibt er mir erst. Ooooooh! Ohohoh! Ohohoh! Nee, du Wichser! Das ist Witz! Ohohoh! Na, erst mal weiter heilen, ne? Ja, das will ich. Das war so unfair, dass der Hurensohn sich heilen kann. Das war echt krass, da hast du mir so gegeben, da hast du mir drei Schüsse gegeben. Eins, zwei, nee, warte. Ja, das war schon der dritte, das war schon der dritte, gerade. Da war Feierabend. Oh, Mann. Die Splendgranate macht zu allen Dingen Schaden, glaube ich. Oh, Mann. Gut, Leute, danke. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Runde, ja. Tschüss! Tschüss! ... Bis zum nächsten Mal.